ich bin edi wiesner und ich lade euch ein zu monday die dame der 20er jahre kommt mit mir in die exciting world of the weimar republic die zeit die man die goldenen 20er jahre nannte auch jetzt sind wir wieder in den 20er jahren lasst dies unsere 20er jahre sein und lasst es denen gleichtun die damals durch die kultur durch eine unglaubliche vielfalt diversität und kulturelle blüte die 20er jahre wahrlich golden gemacht haben dies sind unsere 20er jahre kommt zu mir und erfahrt wie ihr eine echte dame ein echter gentleman sein könnt kommt zu monday